Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tanken Quest mit dem Altraum, den Hunnis und natürlich Chantal. Ahoi! Oh ja, schon bau! Ich muss aber vor dem Zeitpunkt noch mal Tränke kaufen, glaube ich hab nur noch zwei Falltränke. Ernsthaft? Ja, die Gegner ficken mich hier richtig. Ich hab noch 24. Kannst du mir die Ecke abgeben? Babylonischer Helm. Ich hab einen grünen Helm gefunden. Jetzt sind die noch zwei. Äh, Babyloner... Oh, danke. Sehr gut. Wer hat der? 72 Rüstung, 28% Blitzwiderstand, 17 Stärke, 24 Eingangsqualität, äh, 27 Zaubergeschwindigkeit. Und meine hat nur gesundes Regeln und Rüstung plus, also... Dann ist er fast so gut wie meine und nur Rüstung hat er mehr. Ja, und das ist wirklich ein Set. Okay. Äh, wo sind die Tränke? Äh, war ich nicht gerade noch ein Gegner? Genau, ne? Es sah sowas. Ja, hier unten sind noch zwei. Okay. Woran siehst du denn, wo das Set ist? Weil's da steht. Das ist so wie über Sacred. Weißt du, da ist dann so eine Set... So... Bei manchen Gegnern ist das so, wenn man so ein Set aussammelt, dann ist da halt so... Eine Setliste dabei. Ja. Und der hat... Ich hab noch nie ein Set gefunden. Der hat einen Speer, ein Schild, äh, und dann halt eine normale Rüstung. Also ist das eigentlich eher was für mich mit Sperrenschild. Naja. Aber ich behalte ihn jetzt, weil das meiner ist. Wieso machen? Kann denken, mein Helm ist für mich eh besser. Weil mein Helm... Das kann ich eine Stärke plus machen. Und auch eine 11. Ja, meine macht eine 14. Nein, der macht irgendwie 26 oder so. Ich mach' die Fallen kaputt und versuch' irgendwie ein bisschen hier zu... Alter, wie viel Schaden die mir alle machen! Hilfe! Hilfe! Boah! Du bist, dass du stehen geblieben bist! Danke! Von denen lässt du dich ficken? Alter, ich krieg' hier übertrieben viel Schaden wie du siehst! Du bist... du bist ja ein Schlump. Du bist ja ein Moschel! Oh, beteilbende Großachs des Donners! Ich würd' sagen, jetzt bist du eher so der Tank, weil du einfach viel mehr aushält als ich! Oh, beteilbende Großachs des Donners! Was? Ne, grünes Alte. Wir machen grünes Alte. Ist nicht gut. Äh, machst du bitte... Portal? Wir müssen doch sowieso rausreden. Ich hab' keinen Bock hier raus. Ich mein, wenn wir jetzt so ein Teil der Königke machen... ...wenn wir das nächste Gra... Also, wenn wir das letzte Grab leer haben, dann können wir's machen. Ich kann hier draußen ein Portal machen, nee, dann kannst du ja nicht. Eben. Das bringt ja gar nichts. Ja, wir müssen... Dann wär's ja auch scheiße. Ja, okay, das wär' dann... Deiner Umweg, aber naja. Ja, warte mal kurz umsetzen. Ich versuche der... ...weil direkt... ...wetter zu laufen. Ich find's schade, dass es keine automatische Folgen-Taste gibt. Das wär' super. Ja, ja, Mann. Ich hab' auch Bock, mal wieder ein MMO anzufangen. MMO-RPG oder MMO? Nur. MMO-RPG. Ja, hab' ich ja. Oder so, aber das ist mir zu teuer. Also, man kann's ja kostenlos spielen, aber... Boah. Ne... Ich hab' auch richtig Bock auf MMO. Es sind alles Pay-to-Win-Title und das fickt mich so'n bisschen. Ja, es gibt's halt kaum welche. Ich hab' richtig Bock auf, ähm... ...Star Wars The Old Republic. Ähm... Wieso? Also... Hier ist ne kleine Steintür. Ich glaub' die große Steintür, äh... ...leicht Telkin ein. Oder überhaupt Boss-Kämpfe. Ja, und die kleine ist gleich einfach nur dafür da, dass die Moschi ist. Geben wir einfach mal rein. Ich... Ich mein' die mach' ja nur wirklich sehr leicht aus. Léger. Oh, guck mal, kleine Käfer! Ich glaub' die steckt nach vorne im Knopf. Wie immer. Ja, okay, renn halt einfach weiter geradeaus. Ich dachte, das ist halt nur so'n kleiner Raum. Oh! 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 Neue Gegner! Neue! Die hatten wir schon. Das ist ein... ...mein was anderes, glaube ich. Das ist ein Gift. Ah, was ist denn das? Gift-Skaubes hatten wir schon. Aber nicht solche. Doch, genau die. Aus dem Panzer. Nochmal aus dem Panzer. Die gab's glaub' ich schon in der... ...in der Dingshöhle, in der... ...Skafionhöhle. Bin leveled übrigens. Gut gemacht. Oh, er ist dann zu einer... Ja. Kurz leveln. Ich sollte auch mal wieder ein Dings leveln. Wenn was? Na so, Moment. Ich hatte mir was ausgesucht, was ich machen wollte. So. Hast du denn einen Ultron gemacht? Was? Hast du einen Ultron gemacht? Und ein Heal wär super. Ne, ich hab nicht einen Ultron gemacht. Ich dachte mir so im Ultron, ach komm. Ich hab zwei Barbarenwölfe, die machen ein bisschen Schaufe. Na wie hast du mich grad gehalten? Bei mir wärst du einfach komplett woanders. Ja, ich bin grad zu dir gelaufen. Kommst du? Ich bin vor dir bei mir. Du stehst bei mir da hinten in der Ecke. Und jetzt? Ja, jetzt bist du wieder da. Ah, ich... äh... Da ist bei mir übrigens schon ausgeleuchtet. Bei mir ist ja auch dieser Gang. Ja. Der hat von mir ausgegraut. Das hab ich aber in... äh... in zwei Gräbern oder drei Gräbern schon gehabt. Ist das so was. Das ist das erste grad bei mir. Also dass die Treppe ausgeruht ist, hatte ich bei... bei einem ganz kleinen Teil und dann glaub ich noch bei einem größeren. Erstmal noch hier oben gehen. Meine Schockgrille macht jetzt noch eine Scheibe. Alter, ich bin tot fast. Ich bin auch kurz gestorben. Ich muss mich einmal selbst heilen. Bleib du mal ein bisschen raus. Ich denk das hier alles weg. Ich liebe es, wenn ich mich hinter irgendeiner Kiste festrenne und du alles kriegst. Kenn ich irgendwoher. Guck mal kurz wie lang wir noch haben. Ja, zehn Minuten. Äh... 13, 14 sogar fast. Ach, läuft doch. Ja und wenn wir hier für länger brauchen, dann überziehen wir den Part einfach. Weil... Ich hab keinen Bock. Ein bisschen schon. Ich muss heute wieder mit schlechter Leitung beklagen. Egal, Yola. Ach nee, warte. Muss ich am Schluss halten, aber... Weil... Wobei ich... Ich kann ja sagen, dass die nächste Minute wieder Endlos hat. Glaube ich eher nicht, aber... Gut. Okay, dann töten wir erstmal diese Klingpfadde da. Und... 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 Da gab's eigentlich so viele Parts, wie ich hochgeladen hab, alter. Unter der Woche. Das waren... Boah... Locker... 20 Gigabyte, ey. Ja, ich hätt aber an deiner Stelle noch mehr hochgeladen. Ich hätt gleich alles hochgeladen, was ich hab. Ich hab ja alles hochgeladen, was ich hatte. Ich hab ja alles hochgeladen, was ich hatte. Der hätt ich einfach direkt weiter aufgenommen. Der hätt ich einfach direkt weiter aufgenommen. Du musst ja zwischendurch nur noch rendern. Moment. Kurz einmal Platz machen. Ja, okay, jetzt mach ich ein paar Tatsen, und dann Teil der Könige. Und ich mach ein paar Tatsen, und dann Teil der Könige halt gehen wir halt durch. Gibt's das für jemanden Sinn ergibt. Ah, mehr, dann... Dann gehen wir noch mal verkaufen, dann gehen wir zu mir. Zu mir oder zu dir. Ah Gott. Licht. Hallo! Tschüss! 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 Äh... Bad! 56er... Nein, die sind Intelligenz-Checks. Äh... Bad! Schlicht! 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 Ich hab grad... ich hab grad Spektralmaterie aus dem verkauft. Richtiger Held. Danke! Schlicht euch gerne. Ich hab zu viel gekauft, egal. Ich brauch kein Brüder. Ich hab's nicht so mit dem Geld. Ähm... Ja, okay, also... Die... Wir haben jetzt noch 11 Minuten Zeit. Ich glaub, die Tarkin schaffen wir. Können... Bis dann! Aua, das tut weh. Ich muss noch schnell einen Wolf beschwören. Ist da ein Albtraum da? Moment, irgendwie ist grad nichts da. Ist das vielleicht hinter der Wand? Weil du bist bei mir in der Wand gespawnd, wollen wir jetzt durchgehen direkt? Ja, das war's. Hauptaufgang von den Ägypten. Komm, nacken. 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 Mana, Mana down wir! Ja, machen wir das. Der hat ziemlich viel Mana. Oh, yo. Wat? Ja, der kann sich übrigens verdreifen. Oh, danke, was ich mir gesagt. Dafür kriegen wir auch für jeden Exempel LP. Ich glaub, ich bin grad beim Hauptgegner, oder? Ja. Du brauchst mehr Energie. Bald kann sich nicht mehr verdoppeln. Bald kann er gleich gar nichts mehr. Alter, das ist echt geil mit dem Ring. Ja, wie ist das kein Mana-Zaun-Gespruch drin, da? Kannst du nicht mehr zaubern? Mensch. Aber ich kann immer noch zaubern. Ich glaub, das ist ein Standard-Undrück einfach. Ich hab einfach nur flächendeckende Angriffe. Oh, übrigens alle meine Viecher sind tot. Ja, aber es ist schön, dass ich nicht mehr verdoppeln kann, ne? Er tut mir irgendwie so ein bisschen leid. Ich hab grad Eichenherz versinnlich ausgemacht. Und er ist tot. Alter, aber der ist so. Ja, ohne sein vervielfältigen. Wo sind, äh, die Dings-Truhen? Gibt keine. Was hast du, ach so, der, der, das, äh, so'n Dings, ne? Hat der was Gutes verloren? Ja. Äh, Set oder so? Nichts blaues, nichts grünes. Irgendwie war da ein bisschen bad. So, wir müssen jetzt zurück nach dieses, äh, gelandet an. Okay, müssen wir jetzt. Und eben. So. Neun Minuten. Der Kampf hat irgendwie so eine Minute gedauert. Auch schön. Läuft bei uns. Wo ist denn die Hauptköste da vorne, ne? Im Hotel. Da! Das Tor ist offen! Was will ich weg, wenn du das Portal... Finde das Portal... Finde das Portal im Tellerberg. Finde das Portal im Tellerberg. Ja, Mann. Äh, die pack ich beide in... Einen pack ich in Blitzpulver und einen... Klingenschärfen, dann war wieder gut, glaub ich. Warte mal. Das wäre bei Bosskämpfen cool. Was? Na, ich guck mir gerade die verschiedenen Sachen in die man skillen kann. Ja, was wäre bei Bosskämpfen cool? Das ist für Dauerskills, ne? Ähm... Wieso hast du hier noch keine Trance aktiviert? Was für eine Trance? Du hast doch drei Trancen hier beim Traum. Ja, die sind keine gekauft. Dann hol dir doch mal einen, ich mein. Hat mir schon was anderes geholt. Ach, okay. Ich mein... Ich mein Trance ist dauerhaft aktiv. Ich mein... Ich hab mir erst schon was dauerhaft aktives gehört. Moment, das ist... Ähm... Klarer Traum. Bist du auch eine Trance, oder? Nein, keine Trance. Und die Trance muss ich aktivieren. Die ziehen dann dauerhaft. Alle Energiekosten pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Naja, bringt 12% Schaden, 19% Elektroschaden und 19% Lebenskraftschaden. Ich dachte nur so, ah, das geht. Kann man nicht. Man merkt's, oder? Was? Dass ich ein bisschen mehr Schaden mache. Keine Ahnung, ich glaub nicht. Warte einfach mal kurz und lass mich den nächsten Gegner klicken. Hilfe übrigens, cool. Okay. Lass mich einfach mal den nächsten Gegner klicken. Okay. Ja, die Gegner hier sind todesleicht. Ich würd dich auch einen One-Hits. Hier sind ein paar Gegner. Ich kenn dir. Stich aus. Ich liebe seinen Gegner wegfliegen, ne? Oh, kann man machen. Sechs Minuten. Entschuldigung. Oh. 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 Aufschmerzen. Ja, ich auch so ein bisschen. Ich hab grad richtig Bock auf Musik. Ich hab grad richtig Bock auf Minecraft. Ich hab grad richtig Bock auf ein Album. Von mir? Na. Gibt's für Black? Was hat das? L.A.P. Na. Die rausgekommen ist heute. Eins hat's? Cool. Ne, welcher ist denn heute? Ist heute Erster oder Zweiter? Zweiter. Okay, ist dann. Das stimmt. Erstmal war er frei. Ja. Das wollte ich auch. Danke. Für fast jeden anderen auch. Na, wir haben heute eh sehr, sehr wichtige Sachen gemacht. Muss man schon sagen. Ein Grab. Na, ne. Wir waren auch noch bei irgendeinem Kunden, der gar nicht los hatte. Wir kommen und haben da unseren Hekel gepraut. Ja. Boah, heute ist ja sehr, sehr wichtig. Wo war das Grab eigentlich cool? Das Grab ist schön. Boah. Du hast schon gesagt. Du hast ein Bild davon gemacht. Ich hab's aber nicht ge-instagrammed. Ich dachte, das kann ich nicht. Das ist ein bisschen nicht so. Ja. Ich dachte, nein. Das lässt du mal. Arbeit war... Also Hashtag Arbeiten beim Grab. Voll cool. Yolo Swag. Wieso ist da schon was Graues? Rechts neben uns. Äh. Das war... Wir waren... Da geht's auch noch rechts raus von Themen, wo wir... Ja. Ach ja. Glaubst du es schaffen, ihr gibt noch in diesem Part? Nein. Wir haben noch 4 Minuten. Ich weiß nicht, wie weit ihr es geht. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Er wird der Hatschaf-Suit. Wahrscheinlich noch ein riesiges Dungeon. Ne, ich glaub... Also... Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also. Schade. Ich hoffe, mein... Platzher ist jetzt aus dir folgen, übrigens. Viecher. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Wollt ihr euch nur gucken, wie weit es hier noch geht. Und es geht weit. Okay. Einfach mal in Wandlern laufen. Ich find's irgendwie ein bisschen unnötig. Werden den Terkin hier getötet, anstatt das... Da ist man dann gleich in so'n... Weißt du... Gleich weiter... Nein. Erstmal noch riesige Lande erkunden. Ja, ich mein... Ich mein so höchstlich geht's auch wieder nicht. Ich mein so höchstlich geht's auch wieder nicht. Ich mein so höchstlich geht's auch wieder nicht. Ja, ich mag den Sand. Ich nicht. Ich krieg dir von Augenkrebs. Oh, bei mir sind schon wieder alle Viecher tot. Oh oh. Ach du Scheiße. Dann... Ich hab glaub ich keinen Feuerwiderstand. Also... Neu. Ist alles tot. Nämlich fickt keiner, außer das Feuer. Ja, bei mir ist das Teil nicht mehr offen. Blut ist schon bei diesem grünen Gegenstand oder was auch so. Äh... Bestes überhaupt. Ohhhh... Treppen. Okay, nur drei Minuten. Ja komm, verfiss dich hier Mojis. Oh, hier ist wieder dunkle Obelisten manchmal kaputt. Danke. Wär ganz gut, wenn wir bis zum nächsten Brunnen kommen würden. Kommen wir wahrscheinlich nicht. Fuck, ich hab keinen Bock noch mal alles zurückzulaufen. Müssen wir wohl machen, ne? Warum ist ne Hürde drin? Okay, nur kurz in die Hürde rein gucken ob dein Brunnen ist. Ich mach's einfach. Ja mach mal. Ich kann für unten gegen alles andere. Und? Warte, ich bin jetzt erst drin. Ja, hier ist direkt ein Brunnen drin. Okay cool, dann lass uns hier noch alles schnell down klatschen. Und... Scheiße. Wir sind übrigens schon hier an Level 19. Wir sind zehn Stufen unter uns fast. Doch, das ist Level 35. Level 21. Aufständischer Zombie. Also, wir überziehen jetzt den Part ein bisschen, bis wir hier unten alles geklatscht haben. Und dann brennen wir in der Dings, oder wie? Ja. Also wir haben jetzt noch zwei Minuten. Ich glaub nicht, dass wir in zwei Minuten hier alles töten. Doch, doch. Sollte kein Problem sein. Sollte kein Problem sein. Challenge accepted. Ja, ich... Challenge accepted. Ich prüge das Gerät hier kaputt. Wir haben Samstag auch einen neuen Akkord... in... äh... neuen Rekord in... im Haufenladen aufgestellt. Okay. Wir waren dezentig schnell. Da ist nichts mehr glaub ich schon. Also okay. Wir sind nach rechts. Komm, die pullen wir einfach alle. Dann hau ich eine Energiewelle rein. Wir sind alle tot. Wahrscheinlich. Druck. Einfach durchlaufen. Okay. Du tötest die Luftgeبي ein bisschen. Achja. Und tot. Ja und naja... Die ein bisschen weit auseinander alle. Da kann man nicht so gut... die alle zusammen poller. Da mach ich halt viel gucken. Das zeug kostet ja fast keine Menge. Und hat fast keine Aufladezeit, Alter. Die brennenden Skelette sind tot, bevor sie überhaupt richtig... ...äh, leben. Ich bin fast gestorben. So. Viel war super. Sagt er und rannte weiter. Ja, denkst du, ich halte jetzt extra für die an? Ich weiß. 44 Sekunden noch. Hab wohl geschafft, sag ich doch. Ja, hier oben ist noch ein Gebiet. Oh, das wusste ich nicht. Aber nur ein kleines. Fickst Novelisken und du fickst den Vodka. Hm, das war ja lächerlich. So, und hier ist der Brunnen und wir haben es in der Zeit geschafft. Sag ich doch, wir sind gut. Dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und tschau. Tschüss.